Kuckuck, da bin ich wieder! Ach ja... Hier gibt's ein Leben. Ach ja... Warum komm ich da nicht hin? Hm... Mhm... So... Und was gibt's hier? Punkte! Und hier gibt's einen Ausgang. So... Hm... Wir brauchen einen Schlüssel. Und... Du gehst mir irgendwie auf die Nervie... Deswegen... Gehen wir mal hier lang. Was gibt's hier noch? Ein Ausgang! Und wieder grafische Fehler! Und noch mehr Grafikfehler! Ja... Das kann man glaube ich nicht... Jooo... Die kann man aufstehen! Und zu euer Verwandern! Miii... 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 Oh... Huuu... Da hab ich aber ne Menge vergessen! LUCKYTUS HINTERHALT! Oh, oh, jetzt hier! FETCHI BUM BUM! So, da kommt noch nichts hin. Hier gibt's noch... JAAA! Oh, noch nicht! DICKY! Ich glaube, das war dann ziemlich der größte Fehler, den ich hätte machen können. Was? Egal! Nö, den... Okay, boah, ich muss... Und... Punkte! Ne, hier gibt es keine Punkte. Tut 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 tut... Und ne wunderschöne Blume! Und ne rote... Ja, das ist die Besonderheit dieser roten Blumengebrünns. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Nein! Egal. Ach, hier! Und... Jo, hier ist noch was! Oh, noch mehr Punkte! Juhu! Was bist du denn für viel? Hm... Oh! Egal! So! Sternkreis! Gehen wir weiter! Zu sehr darf ich mich auch nicht aufhalten! Oh! Tickibumbum! Wir können übrigens... Mist! Oh! Ah! BOAM! Noch so einen... Po-po-po-po... Nein! Nein! Gibt es vielleicht eine Kante hier? Irgendwo? Irgendwie? Ha! So! Die Blumen werde ich mir auch nicht entgehen lassen. Ups! Hallo! So! Ach, hier gibt es doch wieder hier. Jo, ich habe höchst! Hm. Aha, da gibt es was. Nun, was gibt es da? Nur, was gibt es da? Nichts! Doch. Als hätte ich es gewusst. Okay. Okay. Zwölf rote Münzen. Oh, Mann. Oh, Mann. Hey, da gibt es eine rote Münze. So. So, die letzten Punkte. Na, kann schon. Va! Oh, many. Whoa! Oh! Oh. Oh! Oh. Ach, warte, das kann ich auch anders machen, hier. Kein, kein... Egal. Ich glaube, da gab es jetzt nichts mehr. Doch, hier gibt es nur Rote Munze. Und hier gibt es auch noch eine Rote Munze, also lohnt sich. Ja, auch wenn das hier jetzt lange dauern sollte, ich habe trotzdem alle Rote Munzen. Äh, wie sieht das sowieso aus? So, ich habe eine Munze noch nicht. Das heißt, irgendwo muss es eine Blümchen noch geben. Blümchen? 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 Hallo, Blümchen! Blümchen! Und jetzt Exit, Exit, Exit! Oh! Eine neue Verwandlung! Ähm, ein Auto! Brummbrumm! Schöne, Schöne! Schöne, Schöne! Schöne!